Wie war steht das Auge? Die Griechen haben das auch das Auge. Also dass man kein Auge machen, sondern auf hübsche Frauen. Genau dafür steht das. Alles klar, Digga. Dafür erstmal ein Big Was Bruder. Ein Was Bruder. Also benutzt du das für deine Freundin. Guck mal. Guck mal jetzt gleich. Guck mal. Es geht weiter. Er checkt gar nichts. Jeder guckt zu dem und er. Freunde, Dschihad und ich gehen Leute von Simo besuchen. Simo kommen Leute von Dschihad besuchen. Dschihad und ich gehen Leute von Sado besuchen. Sado kommen Leute von uns besuchen. Umarad kommt und besucht mit Alikans. Wir sind Alikans, kommen uns besuchen. Wir gehen nach Gelsenkirchen zu Alikans. So, das sind... Wir sind Freunde hier, da. Krank. Also auf jeden Fall war ich dann beim DM und dann... Mitschreiben, mitschreiben Chat, mitschreiben. Genie. PPG. Weil ich mein Lieblingskonziler kaufe. Aber die hatten den einfach nicht in der richtigen Farbe. Deswegen habe ich überlegt, soll ich den einfach dunkler kaufen? Aber wenn ich den dunkler kaufe, dann sieht es ja auch irgendwie blöd aus. Weißt du was ich meine? Mhm. Deswegen habe ich dann bei einer anderen Mark... Warum sieht der aus wie ein Angry Bird? Alter Mahan, Junge. Mahan sieht einfach aus wie ein Angry Birds. Oh nein. Schatz. Ja? Ich sag dir jetzt ein paar Vornamen und du musst mir direkt die Nachnamen sagen, die dir einfallen. Okay. Chris. Brown. Kim. Kardashian. Megan. Fort Fox. Jason. Darude. Mia. Faro. Puh, ich hätte auch fast gerade Khalifa gesagt, ne? Wer ist Mia Faro? Mia Faro ist eine US-amerikanische Schauspielerin, geboren am 9. Februar 1945 in Los Angeles, Kalifornien. Sie wurde berühmt durch ihre Filme mit Woody Allen unter anderem. Aber vor allem bekannt ist sie für ihren Film Rosemary's Baby. So nennen wir verschiedene Nudelarten im Türkschen. Spaghetti. Aha. Makarna. Makarna. Und zu guter Letzt. Makarna. So, wer haben wir jetzt hier? Julie. Warum stehst du seitlich? Keine Ahnung! Ich dachte, der hat ein Bild. Ich tue das an. Ich tue das an. Wenn man Piloten kurz seinen Bray abholt. Okay und was? Was ist jetzt? Jo, what the fuck, Digga? What the fuck? Kann man einfach mit nem Flugzeug auf ner normalen Straße fahren? Dabei gilt Müller eigentlich als harter Hund. Bekannt wurde der 58-Jährige durch seine Kreativ... Der Feuerwehrmann 4... Ach komm, scheiß drauf. Danke. ...aktiven Urteile gegen Neonazis. Manche schickte er zum Döner essen mit Deutsch-Türken. Andere zwanger in die Moschee. Im Mädchen, Digga. Du musst Döner essen als Strafe, als Nazi. Wir haben jetzt den einfach Marokkanischen hier entspannt. Schon gesehen, Digga. An die schwarze V-Klasse, bitte rechts ranfahren. An die schwarze V-Klasse, bitte rechts ranfahren. Ja, now what the fuck? Darf man das? Kann man das einfach machen? Ist ja einfach nur lauter, oder? Darf man schon? An die schwarze V-Klasse, Weiblingen, F-J-2040, ein Zeichen, bitte rechts ranfahren. Gut, die hat grad übel Angst. Mal halt, guck und die schicken sich grad übel. Bitte rechts ranfahren. Ich wiederhole mich nicht noch einmal. Ich blick fast, ich blick fast. Darf man, oder? Was soll denn daran verboten sein? Guck, 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 guck. Das Auto ist verdankert. Das war stark. Junge. Amtsanmaßung? Hä, warum, Digga? Ist doch nicht automatisch Amtsanmaßung, wenn du ein Megafon hast. Das ist Nötigung. Hey, halt, die haben wir. Alle. 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 Wenn du müde bist, kannst du schlafen, ja? Alle? Ja. Okay. Wie unnötig, Digga, wie unnötig. Yo, Alter, what the fuck? Noch nie so'n großes Chai-Glas gesehen. What, Digga? Was? 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 Was ist das für eine Art und Weise? Oh, oh. Oh nein. Oh nein, Digga. Oh mein Gott. Digga, den Film würde ich mir 10 vor 10 reinziehen. Okay. It's my birthday, it's my birthday, I'm gonna spend my money, it's my birthday. Oh, oh. Oh, oh. Immer diese Scheiß-Boom-Morangst, Digga, schrecklich. It's my birthday, I'm gonna spend my money, it's my birthday. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich küsse dein Herz palm, ja, Wallah! Anni! Merkel macht sich auf! Merkel macht sich auf! Voicecrack-Boss, Alter! Stifler! Wie kann man so krank sein? Wallah! Ein paar Chicks und so! Ein paar Chicks und so! Ein paar Chicks klären hier in Hamburg, oder was? Na klar, du weißt wahrscheinlich! Hast du schon was geklärt heute, oder? Ja, eine! Eine? Natürlich! Wir wollen heute Abend Pfeife, oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite ist das! Fortnite! Ah, entspannt! Revi macht Server auf! Merkel macht Revis Server auf! Ehm, Leute! Schnelle Frage! Was macht ihr eigentlich mit diesem weißen Ding, wenn ihr das Mozzarella ausgetrunken habt? Wegschmeißen! Ich werfe das normalerweise einfach weg, aber ich wollte euch mal fragen! Das ist ja verschimmelt, das kann man gar nicht essen! Geil, was hast du da? Was? 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 Für wie viel würdest du deinen Kanal verkaufen? Ich schwöre auf das Grab meiner Mutter für kein Welt dieser Geld! Für kein Welt dieser Geld! Dieser Moment, wo mein Aramell ist! Und die Nase in das Glas einfach reingeht! Ja, Mann! Stark, 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 stark! Sehr, sehr stark!